Verkaufen wir jetzt einmal? Das ist der Weggehen. So. Ich kann das immer noch nicht hinsetzen. Jetzt geht's. Ich bin immer noch nicht glücklich. Jetzt ist noch niedriger der Wasserstand. Scheiße. Auf jeden Fall brauchen die jetzt was zum Essen. Ich brauche eh noch Fisch. Wo ist denn jetzt der Tierpfleger da? Jetzt brauche ich dich einmal. Das ist immer noch zu wenig. Jetzt reicht's mal. Sommer mit der Sommerflag. Und. E. Und das mag ich jetzt auch wieder nicht, dass das so abgehackt aussieht. Oh, scheiß drauf, das meinst du nicht. Ich hatte das irgendwie mal anders gemacht, dass das viel besser funktioniert. Ja, ist ja eh schon da. Ich glaube, ich brauche da doch einen großen. Jetzt stürzt der wieder ab. Boah, ich hasse das. Ja, ich stürze nur. So, das ist alles flach. So. So. Das gefällt mir schon wieder nicht. So. Das gibt sich hoffentlich bald. So. Alle möglichen trächtig. Das haben wir schon geregelt. Richtig. 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 So. 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 Okay. Ich weiß schon, wieso ich die Meerestiere nicht mag. Schauen wir mal, ob das besser ist. Nein, das ist ein Muschel. So, ich glaube jetzt passt es. So kann man es lassen. Oh, Pankele. Was immer noch? Das macht die ganze Zwiewiewie. Das macht dann fertig. Flamingo. Oh. 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 Vielen Dank.